So und herzlich willkommen zurück bei Mini Ninjas Wir machen genau da weiter wo wir eben aufgehört haben Das sollte jetzt der 8. Teil sein Ich habe gerade die Fähigkeit Charn bekommen Gucken wir mal an wie sich das... Machen wir mal hier Geil Das ist geil gemacht, ja So, wo musste ich jetzt noch mal lang? Ich weiß es gar nicht mehr Ah, okay Ähm, ja Ja, ich bin gerade total fasziniert von dieser neuen Fähigkeit Fehlen mir eigentlich Schneide? Na, ich habe es jetzt alle aufgenommen Zehn Stück gibt es, ich glaube das ist fast die 5 Das geht ganz schön schnell Also entweder ich bin schon fast fertig Oder man kriegt die Äh, es gibt jetzt die nächsten Falle Aber ich bin da, wo gar nichts kommt Ah, so Gut, dass ich gerade auf meine Handy geguckt habe Das ist mein Timer Äh, auf 14 Und vielleicht hat auch Schüße So Sagen wir mal, ob ich lang muss Genau, da Oh Okay Hätte ich eben auch schaffen können, aber Naja, egal So Nächster Level Oh, das sieht Wässrig aus Ah, ich habe schon gesehen, eben gerade So viele Leute abonnieren mich dann doch nicht Äh, sind bis jetzt genau null Leute Die neu sind Das ist ansonsten nur mein Haupt-Channel Ähm, aber Mein anderes Let's Play, das Let's Play, äh World of Tanks Oh, Katzen Moment Katzen Oh, nein, nein, ja Entschuldigung Hm Hm Im Flecken Ja, wie, wo war ich eben genau, ähm, Sachen Film angucken Da Ja, ob Ah, wird leider nicht so viel geguckt Ich hoffe, das ändert sich irgendwann Nicht, dass ich hier, äh Ich wusste nicht, wilde Oh, ui Uncool 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 Die schießen bei Raketen, alter Oh Wird die bescheuert? Die können mich umbringen Und ich fahr runter Ja Ja Okay, das ist extrem schlecht Ja, muss wohl doch hier so Ja, jetzt könnte ich einen Bogenschissen gut gebrauchen Oh, neben Äh, Erfahrung Jetzt hinter noch was Wir haben ja Zeit Ja, man Drei Stück mal Auch auch Bomben Irgendwann werde ich die bestimmt nochmal gebrauchen Verrecke Ha, genau, wo ich grad hier über Verrecken spreche Das ist, äh, doch ganz schön makaber, was ich, äh, beim Let's Play von, äh, Let's Play 2 gesehen hab Äh, kleine Kinder Also, die haben sich Also, die haben sich Ganz schön was getraut hier, EA Äh, sonst sind Kinder Eigentlich, äh, immer so ein No-Go gewesen Und jetzt auf einmal Wird man da angegriffen? Hm Von, äh, kleinen Kindern Die man da so Schön zerstückeln kann Also Ich weiß nicht Ich weiß nicht Das ist ganz schön hart Boah, verdammt Scheiße Tschuldigung Jo, das wollte ich auch gar nicht, so Okay, so, und So, und So, und Und ausdauern Ja, fäng dich Ich hab' das Geil, das ist die letzte paar Minuten, die nicht dazu gekommen sind. Ich find' das echt geil. Es gibt ja wirklich das Player, die reden und unterbrochen. Die sind hübbelig, wie nix... wie nix Gutes, also die reden, reden und am Ende, nach den 15 Minuten, holen sie dann einmal Luft. Wie? Bitte, sag' mir wie! Ich will das auch können, ich will... also hier... Kann ich das kaputt machen? Oh, dann ist der Nächster. Nein, du schießt nicht deine Scheiße, ich hab' auch nicht. Heute nicht, mein Freund! Oh, verdammt, nein! Tut trotzdem weh. Da war mein Freund. Schon, du hast schon befreit, er ist es... ne, er ist schnell nicht, er ist es ja... Scheinbar, Mann, schnell und weiß mit seinem Bogen umzugehen, setz ihn als Kundschaft ein... ...und schalte die... deine Gegner mit seiner Hilfe aus. Hm. So, werd' ich auch gleich machen, eben nur schnell die ganzen... ...schönen... ...ja, was auch immer das für ne Werbung sein mag. Das war aber die falsche Tast, ich wollte eigentlich eins gedrückt haben, um... Oh, da fehlen er sich frei. Haben die mich noch nicht gesehen? Puff. Ich hab' sogar schon stark gemacht, muss man ja sagen. Ah, jetzt hab' ich wenigstens, äh... He. Geil. So. Jetzt hab' ich aber wenigstens hier ne Attacke, äh, die gegen... ...Bogen schlitten gut ist. Okay, der normale Angriff hier... ...ist nicht... ...ganz so gut. Ah. Der macht aber komische Geräusche. So. Oh, offene Pläne. So, Schutzenergie in Riff für eine exklusivierte Rakete. Okay, mit anderen Worten... ...seine spezielle Kacke ist eine exklusivierte Rakete. ... 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 und erneuert haben ja schief mir Raketen in den Arsch ja und jetzt noch Feuerraketen habt ihr noch ganz ehrlich ja in meinem Fall liegen hier auch noch so, jetzt kann ich hier die Erfahrung aufnehmen und das was hoffen ist, hier gibt es auch keine Lebenssachen oh, ruckelt das gerade ja, ich habe gerade eine FPS von 15 und irgendwie fragt mich nicht warum, das ist doch ganz schön mau ja, auf die fuhuah feuer ja, willst du mich verarschen? okay, ich versuche mal bei denen ne, das wird mir zu doof ne, das wird mir zu doof wiii, manzai ok, uncool hihihi, keine Moves so, dann mache ich die halt zum Platz hier sind Bäume und ganz viele Gegner und ein Savepoint ok, der visiert auf jeden Fall schon mal von alleine an wenn ich nicht zu lange gedrückt halte also, dieses, äh, Zielkreuz hier, würde ich sagen Fadenkreuz ist da, wenn ich linke Maustaste lange gedrückt halte da und da sind auf jeden Fall auch welche ich hab so das Gefühl, dass gleich einer von hinten kommt doch, also, da jetzt hol ich meinen großen Bruder hier haha, schöner Flut, muss man ja sagen warte mal sooo, Erfahrungen, Ausdauer, schöne Sache hab ich hier was vergessen huah, Digga, komm schon kriegst nicht mal diese einfache Kiste nein, warum auch? oh, oh du, ey, weißt du jetzt Pott 4 was willst du? ja hier, tut mir leid, aber im Moment bin ich sehr aufgebraucht so, was hat die Uhr? ich müsste eigentlich noch genügend Zeit sein jo, schöne Sache so, Quantrollpunkt aktiviert da lang und ja jetzt bin ich, äh quasi gezwungen so ein heil dran zu saufen so, wo hab ich jetzt hier, äh meine Blüte sind weg so Feierbohr aber die Landschaft regert ehrlich, wie wir äh das macht nicht diese Lampen, die Fehlöchte um, im Wasser Ok, ich muss zugeben, das wird doch ganz schön schwer. Vor allen Dingen geht mein Leben langsam, aber sicher schnell weg. Ah, hier, Lebenstrank. Nee, doch nicht. Wäre auch so schön und einfach gewesen. So geht das auch. Ich will hier im Moment nur durchwaschen. Wir können mal gucken, ob er irgendwo in der Nähe ein Schrein ist. Oh, okay, ich hab zu wenig KI. Ich nenne es jetzt einfach mal. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komm, äh, Mana. Aber, pssst, geheim. Ich hab letztes Mal schon geguckt, äh, letzte Nacht, hätte ich beinahe gesagt. Gut, ähm, ich kann in der Nacht vier... ... Hei trinken, würde ich grad sagen. Oh! Oh, ist das ein schlässiges Viech? Ja, kleiner Fuchs! Ja, kleiner Fuchs! Lauf! Lauf! Oh! Oh! Scheiße gelaufen, was? Okay, das hat mir also gedacht, ähm, Tiere zu Monster verwandeln. Also im Prinzip ein Monster-Spawner. Oh! 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 Wart, da, da muss ich jetzt ausprobieren! So, äh, wie ihr vielleicht merkt, äh, hm! Bin ich wieder einen Punkt weiter zurück? Das liegt daran, das Spiel hat sich eben bei mir aufgehangen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht über. So, und das war es dann auch schon wieder für diesen Part. Ich habe mich eben noch gesehen. Die Zeit ist wieder um. Wir sehen uns im nächsten Teil.